Die Tötung von sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gaza-Streifen hat international Entsetzen ausgelöst. Mit scharfen Worten verurteilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag den Angriff. Mit den verheerenden israelischen Luftangriffen, bei denen gestern Mitarbeiter der World Central Kitchen ums Leben kamen, erhöht sich die Zahl der in diesem Konflikt getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen auf 196, darunter mehr als 175 unserer eigenen UN-Mitarbeiter. Das ist unverzeihlich, aber eine unvermeidliche Folge der Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Israel stand bereits vor dem Angriff unter internationalem Druck, gegen den Hunger im Gaza-Streifen vorzugehen und Zivilisten besser zu schützen. Israels Militärchef Herzi Halevi sagte, mit World Central Kitchen habe man eng zusammengearbeitet. Dieser Vorfall war ein schwerer Fehler. Israel befindet sich im Krieg mit der Hamas, nicht mit den Menschen in Gaza. Es tut uns leid, dass die Mitglieder der WCK unbeabsichtigt zu Schaden kamen. Wir teilen die Trauer ihrer Familien und der gesamten World Central Kitchen Organisation aus tiefstem Herzen. Unter den Getöteten sind laut Angaben von WCK Mitarbeiter aus Australien, Großbritannien und Polen. Auch ein palästinensischer Helfer sowie eine Person mit US-kanadischer Staatsbürgerschaft wurden demnach getötet. Die Mitarbeiter seien am Montag in einem Konvoi unterwegs gewesen, bei dem zwei gepanzerte Fahrzeuge das Logo der Organisation trugen. Zuvor hatten die Helfer 100 Tonnen Lebensmittel entladen, die auf dem Seeweg zum Gaza-Streifen gebracht worden waren. Ein mit 240 Tonnen Lebensmittel beladenes Schiff musste am Dienstag nach Zypern zurückkehren. Lediglich ein Drittel der Hilfslieferungen habe vor dem israelischen Angriff, bei dem die sieben Helfer getötet wurden, entladen werden können, sagte ein zyprischer Vertreter. Zwei Drittel befänden sich auf dem Rückweg nach Zypern. Zwei Blumen Vielen Dank.